Hi Leute, heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mir sehr wichtig ist. Cybermobbing und die ernsten gesetzlichen Konsequenzen, die es mit sich bringen kann. Lasst uns ein reales Beispiel nehmen. Stellt euch vor, jemand findet ein Kunstwerk in der Stadt nicht ansprechend. Dieser jemand macht ein Foto von dem Künstler und seinem Werk und postet es online, nur um sich darüber lustig zu machen. Gleichzeitig spricht diese Person von Anstand und Moral. Ironisch, nicht wahr? Hier ist der Clou. In Österreich, wie auch in vielen anderen Ländern, gibt es klare Gesetze, die so etwas verbieten. Indem diese Person das Foto ohne Einwilligung des Künstlers veröffentlicht, verletzt sie das Recht am eigenen Bild. Das kann zu ernsthaften rechtlichen Problemen führen. Unter der Datenschutz-Grundverordnung der EU könnte diese Handlung auch als Verletzung der Privatsphäre angesehen werden. Cybermobbing, wie in diesem Fall, ist kein kleines Vergehen. Es hat echte Konsequenzen. Und jetzt zur Moral von der Geschichte. Wenn ihr andere ernst nehmen und respektieren wollt, fangt damit an, ihre Rechte zu achten. Hört auf, über Anstand und Moral zu predigen, wenn ihr gleichzeitig andere demütigt und bloßstellt. Echter Respekt und Anstand zeigen sich in euren Taten, nicht nur in leeren Worten. Denkt immer daran. Eure Online-Handlungen haben reale Konsequenzen, sowohl für die Betroffenen als auch für euch selbst. Lasst uns alle ein wenig mehr darauf achten, andere so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten.